Willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead Mit mir, dem Fexer und Lee! Hallo, Lee! Wir suchen immer noch nach einem Quarter Weil wir müssen nämlich in das Suchfernrohr ein Quarter einwerfen Um ein wenig hier an dem Strand noch abzusuchen nach vielleicht einem Boot oder so Kriegen wir es auf? Kriegen wir aber vielleicht damit auf Das haben wir immer noch einstecken BUM! BUM! Stumpf ist Trumpf Und da ist ein Quarter Mensch, wer hätte das gedacht, dass da genau 25 Cent rausfallen Genau diese 25 Cent, die wir jetzt brauchen Genau diese 25 Cent, die uns dazu bringen Dass wir ans Fernrohr gucken können Genau diese 25 Cent Damit wir eventuell ein Boot finden Werden wir es schaffen Wir sehen uns nach einer kurzen Werbung Ne, war ein Scherz So Was? Was? Wollt grad gucken? Was ist mit dem Boot? Es wird nicht funktionieren Die Höhle sind unter der Wasserlinie Und jemand hat die Batterie ausgelöst Hm Tja, wenn wir das wüssten Tja, wenn wir das wüssten Ich will trotzdem jetzt mal den Strand absuchen Jetzt habe ich extra 25 Cent gesucht Vielleicht finden wir ja noch was Abandone, wie in jedem anderen Ort in der Stadt Ein riesen Bürogebäude wahrscheinlich Was Wo man vielleicht noch einiges an Loot finden könnte Ja Ich habe irgendwie das dumfe Gefühl Hier steht ein kleine Zombie vor unserer Nase Irgendwas, was uns erschreckt Aber Jumpscare, damit arbeiten wir hier nicht so Plentyne Döcke, keine Böcke Die Böcke Die Böcke Die Böcke Die Böcke Höh Wer ist das denn? Das ist doch der... Wie ist der denn drauf? Das ist doch der Typ, der die Glocken geläutet hat am Anfang Oder diejenige Die Böcke Warum die hell sind wir schütt? Wer kam von diesem Gebäude in der Strecke Woher geht's? Ich bin zu dem Neustand Er ist der Böcke Wir können unsere Böcke Wir können finden Wir können finden Vielleicht ist er nur ein Schwerger wie wir Ja, vielleicht nicht Vielleicht ist er das Böcke auf der Radio die mit Clementine Ich weiss schon, das ist natürlich. Ja, das ist die beste Idee. Aber irgendwie... Wollte ich grad sagen. Sollten uns nicht gewaltvoll gegenüber denen da irgendwie nähern. Aber andererseits haut er bestimmt ab, wenn es wirklich der Glöckner sein sollte. Mann ist das spannend. Wir wissen auch nicht, ob der eine Waffe hat. Oh, scheiße. Was? Ich hab doch zugehauen! Ich hab doch zugehauen! Clementine. Wer ist das? Ich hab doch zugehauen! Sie sind nicht der Crawford. Was ist das? Ja, das schreckt doch die Untoten auf. Was ist hier bloß los? Wer bist du? Erstmal beruhigen. So Molly sieht sie gar nicht aus. Hallo. So, erzähl mal was jetzt. Was ist Crawford? Wer bist du? Wer ist der Glöckner? Was ist hier los? Was ist Crawford? Okay. Ja klar. Was ist das? Warum gibt es keine Kinder? Was ist das? Warum nicht? Keine Kinder. 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 wrapping all dezäIN storen. Die consider waren nicht zu celebration. Okay, das war auch ihr Mann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wer hat die Glocken geläutet? Weiß sie das? Dachte ich mir fast. Wer hat die Glocken geläutet? Geh das Finger aus meiner Gesichter, Grandpa, bevor ich sie direkt auf deine Scheine gehöre. Ich habe noch nicht folgen, ich weiß nicht, wer du die Leute sind. Calm down, Kenny. Die Glocken geläutet war ein Geist, weißt du? Ja, naja, wer du bist, die Glocken geläutet haben wir uns alle getötet. Wir haben die Geist alle um uns. Das ist die Idee, Genie. Das ist wie ich herum. Ich geläute eine Glocken geläutet, um die Glocken geläutet zu erinnern. Für mich ein bisschen Zeit, um die Glocken geläutet. Geeks! Das ist das, was du nennen sie? Ja, wie beim Karneval. Die Glocken geläutet haben sie alles, alive oder dead. Das ist ziemlich smart, die Bells. Das ist nicht so gut, dass die Glocken geläutet. Buncha dummasses. Du musst einfach schnell gehen. Geh in und raus, bevor sie wieder zurückkehren. Ja, ich werde dich wieder fragen. Du bist nicht von Crawford, also wer bist du hier? Was machst du hier? Ich kam hier nachher 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 nachher. Ja, gut mit dem Glück. Oh. Oh! Besucht. Oh, oh. Oh, oh! Oh, oh, oh! wo du mein Problem geworden bist. Nicht uns hier, bitte! Die Kinder. Nur zusammen ist man stark, aber alleine natürlich müssen wir auf keine achten. Das ist ja blöd, ne, aber... Wir sind uns ja weg. Komm, jetzt müssen wir sie wieder holen. Zieh es auch. Oh nein. Komm, komm, komm. Oh, noch mehr walken. Wenn ich da runterflüchte? Wenn ich da runterflüchte? Hier, benutze das, um es zu öffnen. Probieren wir es mal. Oh, letzte Sekunde. Wo werden wir jetzt landen? Zum Glück können die nicht klettern, aber... Ich will gar nicht wissen, was hier unten noch ist. Huch! Kann wohl keine Leiter klettern. Clementine! Kannst du mich hören? Wenn du mich hören kannst, geh einfach zurück ins Haus, okay? Ich will dich dort treffen. Woher? Müssen wir uns alleine hier durch die Kaninisation zurück zum Haus schlagen? Wir kennen doch nicht mal die Stadt. Shit. Ach du Scheiße. Lass mal umsehen. Wer war das? Diese Frau? Die es wahrscheinlich zur Aufgabe gemacht hat, alleine zu bleiben und zu überleben. Ich guck nochmal kurz hoch. Die hat jetzt wahrscheinlich zur Aufgabe gemacht, alleine zu überleben. Um keine Rücksicht auf jemanden zu nehmen, aber so ein Kindermund lässt wahrscheinlich auch ihr doch so hartes Herz erweichen. Auf jeden Fall denke ich, wenn sie zu unserer Gruppe gehören würde, ist sie auf jeden Fall ein neues, gutes, starkes Mitglied. Sie scheinen schon tough zu sein und auch schon einiges erlebt zu haben. Natürlich muss man erstmal alles klären, weil jeder ist sich ja hier selbst der Nächster außer unserer Gruppe. Wir sind ja noch so ein bisschen human alle. Das erinnert sich ja dann im Laufe der Apokalypse, wenn jeder bloß noch an sich denkt. Das war fast klar. Warum läufe ich nicht an der Seite lang? Was ist das? 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 Ich höre auch, glaube ich, einen Walker. Ich weiß nicht, ob das der ist von oben, von der Straße, oder ob das irgendeiner ist. Leute, das ist echt spannend. Hoffentlich hat uns Clementine gehört und wir gehen zurück zum Haus. Und hoffentlich finden wir auch zurück zum Haus. Wir müssen wirklich unsere Kanalisation schlagen. Ich höre hier was. Ich höre hier was. Okay. Grüne auf. Ne. Okay. Lass mal weiter gucken. Das war so klar. Ne. 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 Mal gucken. Hoffentlich ist das jetzt nicht eine falsche Entscheidung. Ich will erstmal gucken. Durchgang öffnen. Dann stehen wir wahrscheinlich direkt vor den Zombies. Damit wir zurückgehen, können wir hier das Wasser aufdrehen wahrscheinlich. Das spült sie vielleicht ja weg. Und dann können wir das Wasser wieder ablassen vorne. Und dann können wir durch. Könnte das richtig sein? Okay. Und? So sauber waschen wir unsere Finstnissen. Huch. Sehensliff. Shit. Ah, jetzt kann ich das mitnehmen. Oh, hier steht ja einer. Den habe ich gar nicht jetzt gedacht mehr. Scheiße. Ganz ruhig. Den habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Huch. Ist aber auch mal interessant die Devs zu sehen. Wir wissen natürlich alle mal. Vielleicht kann man das ja machen. Alle Devs zusammen. Sich angucken. Ach, hier ist die Lücke wo wir denn raus können. Und da vorne ist noch eine. Okay, gehen wir nochmal runter. Hier konnten wir das jetzt aufdrehen. ne? So. So. Jetzt steht hier vorne rein. Können wir gleich mitnehmen. Scheiße. Können wir noch weiter aufdrehen. Ja, können wir. So. Okay. Damit können wir das Wasser dann auf der anderen Seite wieder abschalten. Aber wenn wir hier raus sind, sind wir da jetzt tot, oder? Das geht ja nicht auf hier. Man. Aber wir müssen hier raus. Wir können ja keine andere Wahl, weil da steht der Zombie hier noch vorne an der anderen Seite. Jetzt können wir nämlich das Rad hier wieder drauf setzen, was wir hier abgemacht haben. Jetzt versteck dich wieder hier unten. Der steht immer noch hier. Ach, die laufen jetzt vor. Seht ihr das? Er ist ja cool gemacht. Ich will nicht raus rennen. Ich will bloß gucken. Ich will gucken. Ich will nicht raus. Ich will nur gucken. Gucken. Oder passiert mir jetzt gleich was. Ach, jetzt sind sie weg. Gucke. Rein theoretisch. Müsste es jetzt safe sein. Weil die alle zum Wasser gelockt sind. Und die kann ich jetzt ja überwältigen. Das ist doch... Das ist Chuck. Das ist Chuck. Fuck. Chuck ist also tot. Er hat sich für uns geopfert sozusagen, um uns zu retten. Was? 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 Das war zu laut. Scheiße. Das wollte ich eigentlich nicht. Renn, renn, renn. Nie renn. Das wollte ich doch nicht. Jetzt renn doch mal, Junge. Okay. Dann häng dich mit dem Teil da dran. Komm, die. Oh, ist das spannend. Los, komm, komm, komm. Doch nicht mehr so sportlich. Komm, das schaffste. Ich kann definitiv nicht erreichen. Ah! Alter, da unten. Das ist ja so krass hier unten. Meine Fresse. Ja, das war jetzt ein bisschen blöd mit dem Death. Zu spät geschneid, dass ich eine andere Option hatte, das... die komische Achse hier auszuwählen. Das müsste einer dieser alten, nuclear Fallout-Seltern gewesen sein. Cool. Ich hätte bestimmt einiges an Loot zu geben, so wie es aussieht. Ich frage mich, ob jemand hier hier leben kann. Schau an das alles. Es ist genug, um die Menschen für Monate zu leben zu halten. Ich frage mich, wie viel davon hier von den 60er Jahren ist. Scheiße, diese Dinge sind immer noch da drin. Was? Wer bist du? Es ist okay. Es ist okay. Ich habe keine Probleme. Wir haben auch keine Probleme. Wir haben auch keine Probleme. Wir haben auch keine Probleme. Das ist das, was... Du würdest gut machen, um sich zurück und weg. Jetzt. Schau. Entschuldigung, dass ich dich verletzt habe, Leute. Ich gehe einfach. Du kannst ihn nicht verlassen. Er ist von Crawford. Wenn er zurückgeht, und sie herausfinden, dass wir hier sind. Du bist von Crawford? Sie sind nicht auf mich. Ich weiß. Nein, wir sind schon auf mich. Woher kann er sein? Alle anderen hier sind weg. Ich bin nicht von hierher. Ich bin von Athen. Ich bin in Macon. Ich bin in Macon. Ich habe einen Bruder in Macon. Du warst da? Wie war es? Wie war es hier? So schlecht wie hier? Entschuldigung. Du kannst ihn nicht vertrauen, Vernon. Du kannst ihn nicht verlassen. Was willst du mir machen? Du ihn in den Kopf? Warum nicht? Du bist mehr von Crawford, als jemand von Crawford uns gezeigt. Danke, Vernon. Was denkst du, wenn sie da sind, dass wir hier unten stehen? Dammit. Du bist richtig. Entschuldigung, Freund. Du kannst das Risiko. Ich bin nicht von Crawford. Aber ich habe gesehen, was sie dort gemacht haben. Das macht mich krank. Ich bin nicht wie sie. Und ich glaube, dass du auch nicht bist. Ich glaube, dass du ein guter Mann bist. Du gehst, oder ich versuchte, ich versuchte. Es ist alles gut. Es ist okay. Vernon, was du machst? Vernon! Ich versuchte dich. Ich versuchte dich. Ich versuchte dich. Ich versuchte dich nicht. Du bist wirklich nicht von Crawford? Nein. Ich bin wirklich nicht. Wir sind doch nicht. Also, wir sind... Wir sind. Wir sind. Wir sind weg, als sie begonnen haben, die ergerichelten. Wir sind weggezogen. Wir sind weggezogen und die alten. So dass die perfekte Sochreie der Ergebeidung nicht nicht beflacht wird. Ich würde gerade sagen, Herrenre ist ein bisschen wie die Nazis hier. Ja, Ironie ist immer hoch auf meine Liste, wenn ich einen Ort für ein Ort zu überleben. Wie hast du dich hier gefunden? Meine Gruppe und ich waren auf dem Wasser, um ein Boot zu suchen. Jetzt möchte ich hier raus und sie wieder finden. Das System des Stadens des Stadens, die du durchgebracht hast, läuft all über die Stadt. Es wird dich woher du gehen kannst. Die Stadens sind wie ein verdammter Maze. Any chance, dass du mir helfen kannst, um meinen Weg zurückzunehmen? Schau, ich würde dir helfen, aber wir haben alle unsere eigenen Probleme. Zwei von unseren Gruppen sind krank und brauchen konstant Wettbewerb und ich bin der einzige Doktor, der hier ist. Außerdem, warum sollten wir dir helfen? Schau, ich bin sorry, wenn ich schreit. Ich will nur zurück zu meinen Menschen, zurück zu Clementine. Sie ist deine Daughter? Nein, sie hat ihre echte Eltern verloren. Ich mache, was ich kann. Du wirst nicht ernsthaft mit ihm gehen. Es ist alles klar, Free. Ich hatte auch eine Daughter. Ich habe sie in den ersten Tagen verloren. Ich werde verdammt, wenn ich nur zurückgehebe und das jemand anderes zu lassen lassen werde. Wir brauchen dich hier. Nehmen Sie sich nicht. Ich werde zurück, bevor du es wissen willst. Los geht's. Cool. Ehrlichkeit wird doch am längsten. So viel ist schon mal klar. Und das sind auch Überlebende, die eben nicht von diesen Typen aus Crawford hier ihr Schicksal entgegentreten wollen, sondern selber auf eigene Faust überleben wollen und noch abgehauen sind. Ich habe nette Typen zu sein, die aber auch sehr besorgt sind und wir sind, wie es ausschaut, zurück. Clem? Wo ist Clementine? Wo ist Clementine? Ich suche gleich wieder alles. Molly? Oh, hey. Du hast es zurückgekommen. Ja. Wer ist das? Er hat dich nicht über mich erzählt. Entschuldig, ich denke. Ich bin derjenige, der auf ihn legte, als er mich auf den Riechen versuchte. Wer ist das Fossil? Hey, hey, hey. Ist doch nicht so frech. Wo ist Clementine? Erstmal er es auszieht und fragt, was es ist. Das ist Vernon. Er ist ein Doktor. Er hat mich hier zurückgekommen, nachdem wir separiert wurden. Ich glaube, du hast etwas, das mir anbelangt. Ah, wo ist Clementine? Hey, Molly! Hey! Marnie! Lee, danke Gott, du bist zurück. Christa, was ist denn? Es ist Omid. Er hat etwas schlimmer geworden. Viel schlimmer geworden. Wir haben einen Mann gebrochen. Wer ist das? Das ist Vernon. Ein Doktor. Oh, danke Gott. Könntest du ihn sehen? Du musst uns helfen. Bitte. Ich werde sehen, was ich tun kann. Geh mich zu ihm. Sehr gut. Eine Hand wäscht die andere immer wieder her. So kann man überleben. Oh, es geht gut. Du bist gut. Lee hat einen Doktor gebracht. Alles klar. Schauen wir ihn an. Ich arbeite besser ohne ein Publikum. Ich bin sicher, dass du mehr Dinge von deinem zu betrachten hast. Clementine. Clementine? Clementine? Jetzt sind wir hier noch in der ersten Etage. Hier waren wir noch gar nicht. Außer auf dem Dachboden. Doch wo ist Clementine? Hat sie es zurück geschafft? Wir werden es sehen. in der nächsten Folge von The Walking Dead. Bis dahin, ihr Lieben. Haut rein. Ciao. Tschüss. Tschüss.